Gelöschte Kommentare Nachdem ich gestern zwei Kommentare beantwortet habe, sind diese heute komplett verschwunden. Da ich nun befürchten muss, nicht erreicht zu haben, was ich da erreichen wollte, bitte ich die Verfasser dieser Kommentare, mir über einen Kommentar zu bestätigen, dass meine Worte auch angekommen sind. Der erste Kommentar zu, Malaysia Airlines Flug MH370 Dankbar bin ich für diese Darstellung und sage daher von Herzen Danke. Meine Antwort Ihr Kommentar klingt sehr traurig. Hören Sie sich mein Video, meine Klage gegen Gott an, da ist vielleicht ein Weg der Befreiung, den man gehen könnte. Herbert Stahlkopf Der zweite Kommentar zu, das Lotto 6 aus 49 in Dimensionen, ihren Varianten und Verschachtelungen Ihre Videos sind ein wahrhaftiges Geschenk. Ich habe in den letzten zwei Tagen fast alle Ihrer Videos geschaut und bin begeistert. Vielen Dank und Segen. Meine Antwort Ihr Kommentar hat mir emotional einen solchen Schub verpasst, dass mir die Tränen gekommen sind. Endlich einmal jemand, der die Tragweite meiner Erkenntnisse auch sehen kann. Vielen Dank für den Anschub. Ich wünsche Ihnen alles noch machbare Gute. Herbert Stahlkopf Also, die beiden Kommentare und ihre Antworten waren nicht mehr aufzufinden, nachdem die Antwort gesendet wurde. Ich gehe einmal davon aus, dass auch weiterhin Kommentare und ihre Antworten gelöscht werden, wenn ich einen Kommentar beantworte. Und da ich mich nicht gerne verarschen lasse, werde ich keine Kommentare mehr beantworten oder wähle wie hier ein Video, um mich mitzuteilen. Herbert Stahlkopf Ende Dr. Linh Entwurf Gleich Ende Elle ist Vielen Dank.